Das ist überall die gleiche Briefmarke und unterschiedliche Stempel. Und das ist auch schön. Sehr schön. Und noch ein bisschen. Hallo, die Gebäude des Tages ist heute Stempel. Stempel. Tschüss. Gemeinsam gegen Corona. Steht für Menschen da sein. Bethel, Toulouse-Lautrec, Kunstsammlung Kimmel. Ausstellung Torkau, Schloss Ratenfels. Das goldene Vlies. Ja guck mal, 1100 Jahre Mettmann.